Los, Freunde! Arme ausstrecken? Jetzt kommt Bewegung ins Spiel mit Disney Junior. Cool! Diesmal bewegen wir uns mit Prinzessin Sophia. Eine gute Idee. Sophia tanzt für ihr Leben gern. Könnt ihr tanzen wie Sophia? Gut so! Probiert's einfach mal. Das ist toll! Ihr tanzt wie Sophia, sehr gut gemacht. Wie toll! In der Serie fliegt Minimus sehr viel. Könnt ihr fliegen wie Minimus? Toll! Bewegt eure Arme rauf und runter und lasst sie flattern wie Flügel. Prima! Ihr fliegt wie Minimus. Ich glaube, du bist perfekt. Sophia wirbelt gern herum. Könnt ihr herumwirbeln wie Sophia? Ja, das ist toll! Wirbeln, wirbeln, wirbeln! Juhu! Großartig! So, jetzt geht's los, Minimus. Sophia reitet gern auf ihrem besten Freund Minimus. Könnt ihr so tun, als würdet ihr ein Pferd reiten, so wie Sophia? Ja, ihr könnt toll reiten. Könnt ihr es noch schneller, noch schneller? Super! Wow! Ab geht's! Ab geht's! In der Serie macht Kalle gerne Breakdance. Könnt ihr breakdancen wie Kalle? Ich werde blauer und träger! Doch du sagst sehr viel! Ja, ich krieg den blauen Rade! Ja, beherrscht das Spiel! Noch mehr Spaß mit Sophia die Erste gibt's auf Disney Junior!